Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich verschenke wieder mal 1000 V-Bucks oder den Battle Pass. Was ihr dafür machen müsst, das zeige ich euch. Los geht's! So, wie kann man gewinnen? Ganz einfach, abonniere diesen Kanal, lass ein Like da, wenn ich ein Video hochlade, aktiviere meinen Creator Code IRB und zu guter Letzt schreibe jedes Mal in den Kommentar deinen Epic Name, damit ich weiß, dass du dabei bist. Wenn du das alles gemacht hast, werde ich dich am Ende des Monats informieren und dir 1000 V-Bucks verschenken. Viel Glück und sei immer dabei! So, wie kann man gewinnen? So, wie kann man gewinnen? Vielen Dank.